So, bremsen. Ich muss auch sagen, dadurch dass das Omsi-Vorraum so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen geschossen war, es war komplett geschlossen, und irgendwie auch gerade so eine Omsi-Sauberflaute, es gibt auch nicht viel Neues, was man zeigen könnte. Und deswegen muss ich mir da jetzt hier gerade an den Vorproduktionen und dann sich Sachen rauszusuchen, die man schon gefühlt dreimal gefahren ist. Aber wenn es etwas Neues gegeben hätte, wäre das natürlich optimal gewesen, hätte man da viel machen können. Hoppala. Aber so ist es auch gerade genommen, es ist eine leichte Sauerflaute, aber das wird sich ja hoffentlich bald legen. Es sind ja Karten in Entwicklung, die zumindest schon auf finaler Entwicklung sind, wie Alheim Laurensbach updated. Oder auch Alheim V4 ist ja auch schon recht weit fortgeschritten. Bustechnisch die C2 Stadtbusfamilie, die schon gute Fortschritte macht, und auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt wahrscheinlich, sodass da in nächster Zeit dann vielleicht doch wieder ein bisschen mehr kommt an neuen Sachen, wo man auch mal wieder das eine oder andere noch zeigen kann, dann neu beziehungsweise auch dort fahren kann entsprechend, und mal wieder ein paar neue Sachen sieht. Neue Strecken halt, die man noch nicht gefahren ist. Hallo. Mahlzeit. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke. Ich mag das nicht mit den... Danke. Rückgeld-Gemo. Das ist schön, hier muss man einmal durch alles durch. Einmal jede Münze einmal antippen. Dann hat man das passende Rückgeld. Jetzt ist es doch so geplant. Je nachdem, mit was man bezahlt. Wenn man 2 Euro bezahlt, einmal von 5 bis 250 durch. Wenn man mit 5 Euro bezahlt, einmal von 5 bis 2 durch. Also 5 Cent bis 2 Euro dann. Aber ich denke, das ist klar. So, knappe 2 Minuten vor Spätung haben wir mittlerweile schon uns angesammelt. So. Das ist definitiv eng hier, wenn uns ein Bus entgegenkommt. So. Kommen Sie rein, können Sie raus gucken. Guten Tag. Moin. Hallöchen. So. Aber es ist recht leer auf den Straßentieren in den Sommerferien gerade noch. Um 7.30 Uhr sehe ich nicht all zu viel los. Naja, aber was heißt nicht all zu viel los. Im Bus ist gut was los. Vielleicht wollen die Leute alle Bus fahren hier. Das kann natürlich auch sein, dass die Leute hier alle lieber Bus fahren als Auto. Deswegen die Busse so voll sind und die Straßen so leer. Ja. Das ist natürlich gut möglich. So. Ich hoffe, dass wir alle mitnehmen können. Das sieht ganz gut aus. Eine Kurzstrecke. Weil jetzt können wir hier 5 bis zu 50 gehen und haben das richtige Rückgeld gegeben. Okay, wir können leider doch nicht alle mitnehmen. Weil der Bus schon zu voll ist dafür. So. Auf den wollte ich noch warten, bis der weg ist. Da kann ich nämlich auch ohne Probleme im Gegenverkehr fahren. Komme ich nämlich auch nebenbei besser raus. Das ist ganz fein. Bahnflugtal. Ach, Lugental. Ist ja Bahnhof Flugtal verstanden. Ich dachte schon, wo ist denn das Flugtal? Aber man sollte auch richtig hinwohnen, was die Ansage einem verrät. Und nicht nur so halb. So. Hier darf man glaube ich auch noch 50 fahren. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass wir hier schneller fahren. Und wir haben schon noch eine Minute Verspätung, das ist auch ganz fein. Das war der Bordstein. Du willst doch jetzt nicht fahren. Ich wollte schon sagen. Der kam so nah ran, da dachte ich schon, der hat da was vor. Aber der war zum Glück nicht so. Also alles in Ordnung. 1, 2, 3 und weiter. So, was ist mit dir? Du kriegst ab. So, wir haben den Bauschein nicht mitgenommen, das ist sehr gut. Man kommt trotzdem nicht aus dem Knick. Lieber Bus, wenn ich dir das Gas mit Leif voll durchdrücke, darfst du bitte beschleunigen. Das ist so das, was du tun solltest dann an der Stelle. Würde ich mal so grob vermuten und dir sagen, So, ich hoffe, dass hier jetzt wenigstens ein paar mehr Leute aussteigen, damit wir hier auch entsprechend Leute mitnehmen können. Das wäre nämlich sonst sehr ärgerlich, wenn wir hier viele Leute stehen lassen müssen. Aber es sieht bisher ganz gut aus. Kurzstrecke. Eins, zwei, drei, vier. Bitteschön. Tageskarte. Drei, siehst du mal bei. So, so und so. Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Schwub, 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 schwub. Okay. Bitteschön. Mussten wir jemanden stehen lassen? Nein, natürlich nicht. Und wieso ist die Ampel aus? Kann mir das jemand erzählen? Was soll das, dass du aus bist, liebe Ampel? Was soll mir das sagen? Möchtest du nicht fahren? Du darfst aber fahren. Jetzt darf ich die Türen schließen und fahren. So möchte ich das doch haben. Wunderbar. So passt alles. So, hier beginnen sie ziemlich mit auch ein interessanter Teil. Weil es hier auch so auf so kleinere Straßen geht. Was heißt kleine Straßen? Wir waren die ganze Zeit schon auf kleinen Straßen, aber mehr so Randstraßen. Wenn man sich allein hier schon die Abbiegung anguckt hat, war es mehr so die kleinen Nebenstraße. Aber wir sind schon fast drei Minuten so spät. Das Krieg war glaube ich auch nicht mehr reingefahren. Das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Zumindest nicht komplett. Kann es sein, dass die Nachbarsprung breiter war gerade eben? Oder breiter ist? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, dass es so ein bisschen gerade eine offische Täuschung war. Aber wäre auf jeden Fall unfair, wenn es so wäre. So, guten Tag. Rein mit euch. Ich habe keine Zeit. Ich muss weiterfahren. So, alles zu. Der steht da drüben natürlich sehr unpassend. Darf ich dir mal sagen, dass du sehr unpassend stehst und jetzt fährst du auf einmal los, oder was? Jetzt fahrt ihr beide los, oder was? Ihr habt rot. Lasst euch das mal gesagt sein. Was auch rot ist, ist mittlerweile unsere Verspätungsanzeige. Wie wir sehen. Auch nicht so schön, weil sie da zu spät sind jetzt mittlerweile. Aber das lässt sich gerade noch so ausbügeln. Oder hat sich gerade noch ausbügeln lassen. So, rein mit euch. Hallo, guten Tag. Moin. Martai. Hallo. So, der steht da nämlich auch äußerst ungünstig, wenn ich das mal so sagen. Man kommt zwar noch ohne Probleme raus, aber sowas wollen wir doch nicht sehen. Sowas wollen wir doch nicht sehen hier. Das sind doch unschöne Sachen. Aha, gut. Diesen Hilfsseil verstehe ich gerade nicht so. Der wird bestimmt auch seine Relevanz haben und auch seine Daseinsberechtigung haben. Aber wozu? Das bleibt mir gerade unerklärt. So, nächste seite Straße. Juhu. Aber die geht. Die ist wenigstens etwas breiter als die bisherigen. So, schönen Trick anwenden, dass man einigermaßen gerade steht mit dem Gelenk. Habe ich natürlich jetzt übertrieben. Aber dafür steht das Gelenk ganz gut dran. Also, ichواf jetzt von den Gelenk. Vielen Dank.